April war ja deutlich zu kalt, aber was ist jetzt mit dem Mai? Naja, die Wettermodelle sind sich unheimlich einig, könnte man sagen. Das hier sind jetzt die Temperaturen bis zu den Eisheiligen, also eher zu kühl. Und das hier sind die Temperaturen nach den Eisheiligen, also bis zum 23. Mai. So, da sieht man, oh, da könnte es auch in Deutschland immer noch zu kalt sein. So, das heißt, bleibt es jetzt sogar noch länger kalt? Naja, da lohnt es sich, doch mal ein bisschen genauer hinzuschauen, denn das sind ja Ensemble-Rechnungen, also das zusammengenommene Mittel, aus 51 Berechnungen in diesem Fall. So, bis zum 17. Mai, da sehen wir hier das gleiche nochmal, ist nur ein bisschen alles eingefärbt, da sehen wir, okay, es soll zu kalt bleiben. Tatsächlich ist es so, dass in dem ersten Szenario hier tatsächlich eher ein bisschen zu kühl gerechnet wird, vielleicht der Süden mal ausgenommen, und in einem anderen Szenario hier auch eher kühl gerechnet wird. So, das zusammengenommen würde man sagen, ja, das passt. In der Mitte sehen wir aber auch, es gibt eine andere Meinung in ein paar Wettermodellen, es könnte auch warm werden, aber die sind in der Minderheit. So, deswegen gehen wir davon aus, dass es noch bis Mitte Mai eher kühl bleibt, passt auch ganz gut zusammen mit dem Polarwirbel, der gerade erst zusammengebrochen ist und so weiter. Da kommt nochmal normalerweise ein bisschen kalte Luft nach, würde man sagen, das passt. So, aber was ist danach, nach den Eisheiligen? Das schauen wir uns hier an. Da sehen wir auch im Mittel, uh, vielleicht ein bisschen kalt, aber jetzt kommt's. Wir haben hier in dem ersten Szenario tatsächlich eine warme Lösung hier unten, das sehen wir da, warm. Und wir haben auch im dritten Szenario eine eher warme Lösung für Europa. In der Mitte wiederum, da sehen wir sehr kalte, also eine sehr kalte Lösung und die führt dazu, dass das Mittel aus all diesen dreien sozusagen etwas zu kühl ist. Die Wahrscheinlichkeit ist aber recht hoch, dass sozusagen sich eher die warmen Lösungen durchsetzen, die sind jetzt hier schon in der Mehrheit. Und das lässt auch hoffen, dass es nach den Eisheiligen endlich vorbei ist mit dem Winter, dass es dann auch wärmer wird und sich die warmen Temperaturen durchsetzen. Das heißt, jawohl, der Winter ist sozusagen endgültig vorbei. Zu den Eisheiligen erwarten wir nochmal einen kleinen Kälteeinschub aus Norden und dann sollte es endgültig vorbei sein. Dann sollte doch die Atmosphäre endlich im Sommermodus sein und so wird es höchstwahrscheinlich auch kommen. Die besten Feierungen für Ihren Ort finden Sie auf Weisheit.com.